Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, heute zu den Feinschmecken. Herzlich Willkommen von uns, von Tracy Webstars, ich bin der Stefan, das ist der Robin. Wir haben heute das großartige Vergnügen, mit Euch gemeinsam heute zu arbeiten. Mit Brutales, also dem Butterschmalz, kurz ein bisschen Alkohol. Man macht sich ja so gewisse Vorstellungen von dem Menü und ich fand es total super, jedes einzelne Gericht, wie es interpretiert worden ist und wie das umgesetzt worden ist. Und eigentlich kann ich sagen, absolut toll, wieder rübergekommen, was man so sagen wollte mit Feuer und Eis. Ich bin sehr begeistert, ich fand auch das ganze Umsetzen, wie das gemacht worden ist, mit dem Reden, mit dem Einbinden, das war einfach nur super. Ich habe mich total wohl gefühlt, ein absoluter Wohlfühlabend, total schön. Kann ich nur weiterempfehlen, kann man wirklich nur einfach mal erleben. Ja, falls ich bin ja jetzt Joghurt-Tuch ist, dann kann ich das Ganze, oder? So. Ich würde jetzt als Ganz-Groß einmal ein bisschen einschneiden. Nein. Nein. Wunderbar. Das Groß-Sache mit der Jakobs-Kuschel, ich habe zum Beispiel... Nein. 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 Musik Musik